Nächster Halt, Eppingen. Umsteigemöglichkeit in Richtung Sinsheim und Heidelberg. Hier endet das Verbundgebiet des Karlsruher Verkehrsverbundes. Bitte achten Sie auf die Gültigkeit Ihres Fahrscheins. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, im öffentlichen Nahverkehr gilt eine Maskenpflicht. Bei einem Konzidenzwert über 100 ist zudem eine FFP2-Maske zu tragen. Bedecken Sie bitte Mund und Nase. Berücksichtigen Sie bitte weiterhin die ausgehängten Hygienehinweise. Helfen Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und bleiben Sie gesund. Die AVG fährt für bewegt. Nächster Halt, Gemmingen West. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Gemmingen. Nächster Halt, Stetten am Heuchelberg. Nächster Halt, Schweigern West. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Schweigern West. Nächster Halt, Schweigern West. Nächster Halt, Schweigern Ost. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Leingarten West. Nächster Halt, Leingarten Mitte. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Böckingen West. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Böckingen-Berufsschulzentrum. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Böckingen-Berufsschulzentrum. Nächster Halt, Böckingen-Sonnenbrunnen. Heilbronn Hauptbahnhof. Willi-Brand-Platz.